. 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 Er ist so ein Worte. Er macht er schon so viele Jahre so gut. Er ist Hammer. Gido? Ja, ja. Was heißt er? Ja, ja. Es ist so. André, warum ist es schlecht? Nein, nein, es ist schlecht. Du hast einen sicheren Gang, André. Was ist los? Bleibt oben da. Simon, hoi. Hoi. Was hinst du hier? Einfach in den Kostümen raus? Nein, ich bin Rölli heute. Aha. Und du hast einen sicheren Gang? Was meinst du? Du hast einen sicheren Gang? Definitiv. Immer. Du weisst, der Präsident von der Versachsgründschaft kann ich unsicher steigen? Nein, nein, nein. Wohl, wohl, wohl. Da muss man sicher einen Gang haben. Da wollen wir uns nicht planieren. Und du machst schon mit? Ja. Super. So, jetzt wird der Ball ausgeladen. Jetzt kommen wir dann raus, ja. Habt ihr geübt? Ja, ja. Geht es ein bisschen geordnet? Das sitzt. Das muss geordnet sein. Du? Nein, nein, tipptopp. Du, ein bisschen Probleme. Es ist doch gleich. Hä? Ja, weisst du, mit diesen schnellen Schuhen. Unbeschreiblich. Diese schönen Fingernebel, gell? Ja. Das gehört dazu. Ich komme jetzt. Bist du bereit, Guido? Ja, sicher. Du bist ja schon geraden Lauf. Du bist seriös gewesen, die letzte Nacht. Ja, wahnsinnig. Zuhause ist die Phase 8, ja? Nicht nur die Phase 8. Gell? Nein, nein. Aber mein? Ganzes Jahr. Ganzes Jahr? Ja, ja. Ja. Ja, schau! Der Raumzugchef, hast du den Griff? Bist du jetzt, Guido? Bist du jetzt? Wir haben extra geglaubt, dass es noch ein bisschen regnet, dass es nicht so gestäubt, wenn die Wagen vorbeifahren. Hoi. Wie noch? Guido. Guido, wir sind hier. Ja, hau jetzt mal heim. Was machst du hier unten? Schaufen! Aha! Ich will einfach, dass ich... ...dass ich nachher... Was läuft das für den Geschäft? Du musst zahlen, das kannst du nicht mitlaufen. Aha, okay. Das ist nachher für den Verscher, oder? Für die Reinigung, die am Besitzergurt. Aha. Wer hat mir jetzt was gegeben? Ich. Kommst du raus, was so herkommt? Ja, sicher. Was denkst du denn? Hast du einen schon ein wenig geübt? Ja. Zuerst mal. Wenn man es zuerst macht, dann drückt es noch. Ja, dann drückt es schon noch. Ist das ein wenig kompliziert? Man, kompliziert ist zu viel gesagt. Es ist einfach ungewohnt. Du musst dich zuerst einmal etwas zurechtfinden bei den alten Knackern. Ja. 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 Ja, ja, ja. Das geht man nicht oben. Immer unten, oder? Ja, ja. Ja, ja. Hey, mein Putz ist sehr scheiss mit dieser Kälte. Wann? Hm, der Große. Einmal mehr, wie du keine Frauen dabei? Nein, nie. Warum denn eigentlich? Sie sind nur zum Anlegen, zum Helfen. Für die Kinder. Die Großen können es selber. Komm, aber das muss es ändern. Nein. Die Röhli müssen eigentlich auch eine Frau haben. Nein. Nein, nein. Ganz sicher nicht. Hallo. Willst du eine Röhli sein? Nein. So, Gefahr im Anzug. Sind wir zusammengerichtet? Ich kann eigentlich nicht dazu. Ich muss nur Handschuhe haben. Ja. Ja. Du hast alle Helfen zu tun, oder? Ja, ja. Alles mit Kreuzchen. Du musst alles in Ordnung haben, oder? Jetzt sind wir für eine kleine Unterziehung gekommen. Ich bin dann kein Interview. Wann bist du da verkommen? Hey, Adler. Bist du bereit? Jetzt bin ich bereit. Ja. Schau, das ist das ideale Wetter. Morgen muss ein Schiffen und dann muss langsam Sonnenfeuer kommen. Das gibt einen Rekordumzug, nach und nach. Sensationell. Bis auf den Mühlwinkel. Oh, nein, das ist doch gut. Ja, so für ein Faser am Sonntag ist das genial. Was ist denn los mit dem Mühlwinkel? Ah! Guten Morgen, Hansjörg. Ja. Was? Du kennst mich? Ja, sicher. Unklaukla. Gell? Du, was ist los mit deinem Mühlwinkel? Ist es nicht gut mit ihnen? Ja, der Reisverschluss ist nicht zu. Sonst ist es so viel, da braucht es auch keinen Reisverschluss. Hast du Angst, du kommst nicht zum Bord, gell? Ja, das habe ich gerade gedacht. Na, der sieht man nicht zum Bord! Hach, doch mal! He nehmt! Ja. Na, da ist das. Hach! Hach! Na, da ist es hier. Na, da ist es? Na, da ist es. Na, da ist es. Na, da ist es. Na, da ist es einfach. 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 Nein, Bruno, du bist nass. Warum nicht? Es ist sehr rutschig. Aha. Du musst wegkaufen, Bruno. Ja, was meinst du? Ja, was meinst du? Aber das macht man nicht am Morgen. Wird der noch fertig bis Ende Fas 8? Der Hut? Nein. Was für ein Hut? Schnell. Er ist am Aufwärmen. Wenn wir das Wasser reinlaufen, hey. Ja, weisst du ja. Sind wir bereit? Was ist los? Wir müssen die alten noch einkleiden. Gell? 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 Wir sind nicht bereit. Was? Wir waren schöner bereit. Ah, hier schon. Aber ja. Gell? 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 Ja, dann gehen wir da. Ja, dann gehen wir da. Ja, dann gehen wir da. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist aber lässig. Hast du auch so einen? Ach du, das ist nett. Bist du ein gefährlicher Indianer? Ja. Ja. Ja, da muss man schon ein bisschen Angst haben. Ja. 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 Ja, das ist gut. Ja. Ja, das ist gut. Ich hoffe, ich schaffe es auch so lange. Ja, das ist gut. Ja. Ja, sicher. Ciao, Röli. Ja. 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 Ja, von meinem Papa? Nein. Ja. Wieso denn? Ja? Ja. 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 Okay? Okay! Adios! Bye, Armin! Hey, Adi! 3, 4, 6, 7, nicht nur die Fütte, oben, da auch runter. Gut, gut, krass. Gut, gut, krass.